Hallo und herzlich willkommen zurück, endlich mal wieder zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns eine Map vom Marketplace auf der Bedrock Edition an, denn diese wurde auf Twitter ein wenig, ja, favorisiert kann man ruhig sagen, denn Minecraft hat sich hier mit der NASA zusammengetan und hat hier eine coole Map rausgebracht, die wir uns mal anschauen werden. Und dabei geht es um die Artemis Mission und, ja, ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Wir werden es sehen, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, wir haben hier genug Spaß drin in der Welt, ja. Bevor das Video aber richtig losgeht, möchte ich euch noch eine kleine Ankündigung machen. Ich möchte euch heute meinen Partnershop Gamerskill vorstellen. Gamerskill ist ein aufstrebender, kleiner Gamershop, wo ihr alles finden könnt, was eure Herzen begehrt. Auf Gamerskill habt ihr einen großen Auswahl zwischen T-Shirts, Hoodies, Caps, Accessoires und noch viele mehr. Außerdem neu ist auch die Kategorie Streamer, bei dem ihr verschiedene Merches von verschiedenen Streamern auch kaufen könnt. Also, wenn ihr mal einen Lieblingsstreamer habt und ihr seht, dass er hier auf dieser Webseite ist, dann könnt ihr gerne mal dort auch vorbeischauen. Ja, genau. Außerdem, wenn ihr den Link in der Videobeschreibung benutzt, unterstützt ihr nicht nur mich, sondern erhaltet auch noch 15% Rabatt auf euren Einkauf. Außerdem könnt ihr beim Checkout noch den Code REDGAMER benutzen, um nochmal 15% abzustauben. Also insgesamt 30% Rabatt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Gut, ja. Also wie ihr seht, ich hab mich mit einem kleinen Minishop zusammengetan und ja, ich hoffe mal, dass das gut klappen wird. Wir werden's ja sehen. Hallo Instructor. Äh, wo sind wir denn hier gespawnt? Meine Güte. Das ist doch schon besser. Okay. Sieht auf jeden Fall schon sehr schick aus. Okay, hier haben wir irgendwelche Flugbahnen vom Mond. Okay, was muss ich denn überhaupt machen? Muss ich mit dir sprechen? Welcome to Launch Control. This is where we make sure our rockets take off safely. We're working on a really excited project called the Artemis Program. We want you to be part of it. Also hier der Raum, da steuern die alles und die möchten, dass wir daran teilnehmen an dem Artemis Projekt. Wir haben sehr spezielle, äh, Fächer für dich gemacht, die wir, in der wir dir alles beibringen, was du zum Bauen einer Rakete und für das Artemis Programm brauchst. Außerdem haben wir eine spezielle Mission, die deine Skills fordert. Das wird dich darauf vorbereiten, wenn wir ganz viele Güter und Menschen sogar zum Mond transportieren. Okay. Unsere erste Mission ist, dass wir einen Satelliten in den Weltraum schießen sollen. Und dieser Satellit wird uns helfen, mit dem Mond später zu kommunizieren. Okay. Es ist ein, äh, wichtiger Schritt in unserer Mission, äh, und ich werde eine große Rolle daran spielen. Gut. Dann lass uns mal loslegen. Wir starten mit den Lektionen. Bla, bla, bla. Okay. Ja, äh, wo muss ich denn überhaupt? Teacher, hallo. Oh, okay, die Tür geht hier auf. Ich glaube, wir müssen hier rein. Hallo. Lesson 1. Achso, Einführung nach, zu Artemis. Gut, machen wir das doch mal. Gut, wie funktioniert denn eine Rakete? Jetzt wird es interessant. Gut, dann Lesson 3 ist... Propulsion and Feuds. Ah, wie stellen wir das her? Okay. Dann gehen wir mal weiter und... Nächste. Mein Gott, es sind ja viele. Atemus, was kommt danach? Oh mein Gott, das wird noch so viel. Gut, was kommt denn jetzt? Äh, Flight Software Design Team Lead? Ach hier, ein Fahrstuhl. Oh, das ist ein cooler Fahrstuhl. Oh, lol. Das ist ein cooles Fahrstuhl-System. Oh, wow. Ah ja, hier stellen wir das zusammen. Cool. Ich habe nur 50. Das heißt, wir können erstmal nur eine kleine Rakete machen. Ja, machen wir einen kleinen Kopf. Dazu... Warte mal. Haha, kein cooler Kopf machen. Ja, was ist denn das kleinste? Ich habe nicht genug, äh... Ah, there we go. Okay, Gewicht, Fuel, Frost. Frost haben wir auch nicht genug. Das ist wahrscheinlich die einzige, die wir machen können. Ja, okay. 50 von 50. Ach, das sieht ja cool aus. Äh. Die Rocket's Data Vision is too high. Let me see you overshot our destination. Try decreasing the fuel and thrust and increase the mass of the rocket. Ja, kann ich aber nicht machen. Wir haben nicht genug Geld. Decreasing the thrust and... Oh. Der Höhe... Die Masse der Rakete. Okay, probieren wir es mal so. Jetzt ist es zu wenig. Ich habe es schon gesehen. Okay, es ist ein wenig komplizierter als gedacht. Ah, wir haben es perfekt. Okay, das ist perfekt anscheinend. Schön. Success. Okay, laut Berechnung, du müsstest diese Rakete abheben. Da wird sie gebaut. Das sieht schon cool aus. Das ist der Kopf. Dann wird nur den Kopf gebaut. Naja. Instructor. Willkommen zum Upper Stage Building, Hangar. Hier kannst du so dein... Oh, wir können das sogar selber designen. Das ist ja cool. Oh, ich kann das aus allem bauen, was wir wollen. Das heißt, wir können diesen Kopf hier selber designen. Ey, das ist ja geil. Ja, lass das in Rot machen. Ja, das ist ja geil. Das heißt, ihr könnt spezielle Köpfe auswählen und könnt sie dann noch selber bearbeiten. Ich glaube, das kann man später auch noch mit dem ganzen Rest der Rakete. Also sprich, ihr könnt etwas auswählen. Oh. Könnt aber selber dann sagen, nö, ich baue das Ding komplett um, so wie es mir gefällt. Das wird ja geil. Ihr baut eure eigene Rakete, mit der ihr später zum Mond fliegt. Das ist schon irgendwie echt cool gemacht. Aber irgendwie finde ich, dass im Battle of the Steuerung ein bisschen sehr sensibel ist. Meine Güte. Um da noch alles zu replacen. Naja, ich melde mich, wenn ich das Ding hier fertig habe. So. So sieht jetzt das Oberteil aus. Ich habe jetzt nicht alles mit Wärtsum vollgestopft, weil das dauert echt lange. Aber ich habe jetzt das ganze grüne Glas durch so ein bisschen so ein rot-weißes Muster ausgetauscht. Dann machen wir hier noch rote Spitze drauf. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Und jetzt geben wir die ab. Am besten hier beim Instructor. Es ist fertig. Und da entsteht die Rakete. Schaut sie euch an. Junge, haben wir... Da ist unsere Spitze. Cool. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Change to green. Change to black. Decreased brush size. Was kommt denn jetzt noch alles? Jetzt ist es Zeit, die Rakete zu färben. Du kannst die Spraycane benutzen, um verschiedene Colors zu machen. Wenn du fertig bist, komm wieder zurück zu mir. Attack to the Spraycane to spray the rocket. Ach, lol. Rot. Ja, so rot ist schön. Wir können jetzt komplett noch anmalen. Ja, cool. Dann schließlich hier alles rot haben, ne? Zack. Boom. So. Oh, schön. Und das können wir auch noch alles rot machen. Perfekt. Sehr gut. Der andere sieht ein bisschen lahm aus. Aber das kommt davon, dass wir noch nicht so viel Geld haben. Ich frage mich, wie das später wird, wie man Geld verdient. Wahrscheinlich, äh, ich meine, jemand fliegt oder so. Perfekt. Hallo, Instructor. Es ist fertig. Oh, es lädt. Okay, was passiert? Eine etwas eher rucklige Kammerfahrt, aber naja. Schon mit Armourstance gemacht. Mission Control. Sind wir bereit zum Abheben? Atem ist. Wetter, das Wetter ist ganz gut. Perfekt. Wind ist gut. Sonne ist gut. Temperatur ist gut. Da ist unsere erste Rakete. Oh, schaut's euch an. Es wird einfach Nacht. Wir schießen direkt straight auf den Mond zu. Oh, oh. Wir heben ab. Wow. Haha, das sieht ja geil aus. Die Red Gamer 1 auf der Mission zum Mond. Cool. Einfach cool. Sind wir jetzt doch selber im Cockpit drin? Oh, nee. Ach, nee, stimmt. Wir schießen ja erst den Satelliten hoch. Gut, wir haben den Satelliten jetzt Norbert. Jetzt können wir über die nächste Rakete reden. Wo wir zum Mond fliegen. Ja, komm, wenn wir das richtig schick aussehen haben. Ja, das sieht doch schick aus. Okay, Test. Was sagt der Test? Werden wir es schaffen? Nicht, wir haben nicht genug Boost. Oha, okay. Okay. Endlich, nach all der Zeit habe ich es geschafft. Endlich eine passende Kombi zu finden. Boah. Da hängt man ja auch eine halbe Stunde dran, ey. Meine Güte. Das ist ja nicht mehr normal. Gut. Ja, ich möchte die nicht weiter bearbeiten. Danke. Ja, wir lassen sie einfach so, wie sie ist. Boah. Meine Güte. So, und da seht ihr so die Rakete. Riesending ist das. Puh. Ja. Machen sie nicht, wir gehen direkt weiter. Und es lädt. Und gleich fliegen wir zum Mond, lieber Leute. Wetter ist natürlich wieder tippitoppi. Wie sonst auch. Gut, Ziel ist natürlich der Mond. Antriebe werden vorbereitet. Let's go. Da fliegt sie. Auf zum Mond. Was passiert jetzt? Ah, wir sind wieder hier. Oh, jetzt kommt es noch ein bisschen anders. Denn jetzt, jetzt wird es interessant, denn jetzt müssen wir, ähm, mal was anderes dazu machen. Jetzt brauchen wir eine T3, IC. Äh, jetzt können wir nämlich Menschen senden. Jetzt haben wir erst das Cargo noch gesendet. Mein Gott. Okay. Aber ich würde sagen, das machen wir in einer anderen Folge. Denn ich, ich habe jetzt echt keinen Nerven, nochmal alles durchzumachen. Also, das ist ja, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, bei dem Partnershop den Code Red Gamer zu benutzen, um nochmal 50% abzukassieren. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer. das ist ja, 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 das ist ja,